Jetzt ist Schluss mit bloß dem So-Iss-Es! Herst Willkommen, sonnige Grüße zu unserer neuen Folge unseres Podcasts So-Iss-Es, heute mit dem Thema Wie lange noch? Mein Name ist Steffen Büdel und neben mir sitzt ein Mann, der gerade heute und in diesen Zeiten alles sehr negativ sieht, Julian Scholl, was ist da los? Grüße, Steffen, Grüße gehen raus. Ja, was heißt alles negativ? Ja, wir haben eben ein bisschen gesprochen, aber wenn mir das jetzt aufgezeichnet hätte, dann ist das ja so eine Stimmung. Ja, weißt du, manchmal läuft es ja doch einfach nicht, weißt du, man ärgert sich manchmal über kleine Sachen, zum Beispiel über die Uni. Weißt du, wenn du dich dann halt in irgendwelche Module einwähmelst und es halt nicht geht. Ich habe heute auch fünfmal bei der Uni angerufen, du kriegst niemanden dran. Weißt du, das ist wie wenn du im GV anrufst, kriegst du auch nie einen dran. Also Uni, Generalvikariat, letzte Woche warst du krank. Ja, es kommt da viel zusammen, weißt du, wenn dann auch so ein Nischtschaffer halt zieht, weißt du, du kommst irgendwo hin, fragst dann, wo sind die Leute, keiner da, keiner da. Und du denkst, Leute, muss auch mal geschafft werden. Also, ja, man regt sich halt zu schnell über Kleinigkeiten drauf. Und wenn sie gehäuft kommen, da ist man manchmal so in so einem Hamsterrad, wo man sich ständig über alles aufregen kann. Und heute unser Thema ist auch so ein richtiges Reizthema. Da rennen sich auch Leute richtig immer drüber auf. Ja, wie lange noch? Heute geht es nämlich um ein brisantes Thema, um die Kirchensteuer. Ja, ich glaube, das ist, glaube ich, auch ähnlich. Also, wenn wir damit, ich glaube, ob das kirchenferne sind oder kirchennahe, so die Kirchensteuer ist, glaube ich, für viele so ein Thema, ob es das wirklich braucht und wie lange das denn noch gibt. Und es kommt immer mal auch vermehrt jetzt in die Öffentlichkeit dieses Thema, ja. Ich glaube, wenn du so eine Umfrage machen würdest, so auf der Straße, warum treten Leute aus der Kirche aus? Ich glaube, auf eins ist jetzt der Missbrauch halt, ne? Ja, Missbrauch schon lange jetzt, ja. Und auf zwei Kirchensteuer. Das ist, glaube ich, immer so das Hauptargument, was einer sagt, Kirchensteuer. Jetzt hat auch mal ein Kumpel zu mir gesagt, so, oh, Julian, also ich glaube schon an Gott, aber ich habe eigentlich keinen Bock dafür, Geld zu zahlen, deswegen trete ich aus der Kirche lieber aus. Ja, na gut, die Kirchensteuer ist natürlich jetzt schon eine lange Zeit, gibt es die ja schon, ne? Ja, zur Zeit Napoleons, wo, ja, die Kirche wurde da nach dem Krieg ja enteignet von den Fürsten, dass sozusagen alle Besitzer ja weggingen von der Kirche und an die Landesfürsten übergehen. Und dann kam, und deswegen, die Kirche ist dadurch irgendwie jetzt, ja, in die Situation dann geraten, weil man gesagt hat, das war einfach Unrecht, was da der Kirche passiert ist. Und um der Kirche da irgendwie wieder entgegenzukommen, wurde dann gesagt, man muss das denen zurückzahlen, ne? Und um es dann einfacher zu gestalten, um, über die Kirchensteuer. Und das ist jetzt halt schon, ja, eine lange, lange Zeit, das ist jetzt ja Anfang, ja, oder 1803. Und für manche ist es jetzt zu lange, wo man sagt, wie lange noch, könnte jetzt nicht damit auch Schluss sein. Ja, was immer spannend ist bei der Kirchensteuer, man muss halt dazu sagen, sie ist eigentlich so die Haupteinnahmequelle, die die Kirchen haben, ne? Also, man muss dazu sagen, klar, die Kirchen kriegen Kollekten und sowas, was halt gesammelt wird, aber die Haupteinnahmequelle, die die Kirche hat, ist eigentlich die Kirchensteuer. Ja, und das ganz Spannende ist, das haben wir bei uns mal in einem Seminar diskutiert, weil da hatten wir auch diesen Punkt, so, warum treten Leute aus der Kirche aus, Kirchensteuer? Und da hat ein Dozent uns erklärt, man muss sich halt immer vorstellen, für was die Kirchensteuer da. Die Kirchensteuer ist ja nicht dafür da, um goldene Badewannen zu bauen, sondern die ist eigentlich dafür da, damit beispielsweise Kindergärten halt finanziert werden können, Krankenhäuser, also eigentlich alles das, was unter der kirchlichen Leitung steht, ne? Ja. Und wenn die Kirchensteuer wegfällt, dann kann das halt nicht mehr finanziert werden und dann muss es der Staat finanzieren. Und das ist ja immer die Frage, das meinte er dann auch so, ja, ich stelle mal die Rückfrage, wenn der Staat, wenn der Staat Geld braucht, wo holt er das Geld wieder rein? Entweder er macht halt, leist sich halt irgendwo Geld bei Banken oder er geht den leichten Weg halt, erhöht halt andere Steuern. Das heißt, würden wir die Kirchensteuer abschaffen, läuft es halt eigentlich nur darauf hinaus, dass halt irgendwelche anderen Steuern halt erhöht werden. Und damit bist du eigentlich auch in so einem Hamsterrad gefangen, ne? Ja. Ich glaube, der Staat ist auch relativ froh eigentlich, dass es da die Kirchen gibt und dass die Kirchen auch da gewisse Aufgaben übernehmen. Ich glaube, für den Staat wäre es schwierig, ne? Wenn wir an unsere ganzen Caritas, an unsere kirchlichen Hilfswerke denken, wo natürlich, ja, die Leute bezahlt werden. Man sagt ja immer, ja, die Gelder der Bischöfe werden da bezahlt. Das sind immer so plakative Dinge. Oder manchmal wird sogar gesagt, die goldene Badewanne, was weiß ich, in Limburg, ne? Die wird von uns bezahlt. Weil das finde ich immer sehr schade, wenn man da auf so eine Ebene kommt. Ich finde schon, man muss genau gucken, was passiert mit dem Geld. Aber ich glaube, wenn man sich da erkundigt, sind die Zahlen mittlerweile wirklich alle öffentlich. Und eben, wie du sagst, es gibt so viele Einrichtungen und wird so viel Gutes mitgetan. Und ich erlebe das ja auch in der Pfarrei selbst, ne? Wenn wir für Caritas sammeln, ne? Wo da ein extra Konto ist, dass wir manchen Menschen Kindern ermöglichen. Das sind wir in ein Zeltlager fahren. Wo vielleicht Familien einfach nicht die Möglichkeit haben. Wo wir als Kirche allein wirklich vor Ort schon sagen, und das ist Kirchensteuer auch oft. Einfach, wo Leute, wo Geld da ist, was aber wirklich auch an Leute gegeben wird. Und das, ja, wird mir zu oft dann vergessen. Ich finde, man muss natürlich gucken, ist es in dem Sinne alles noch gerechtfertigt? Und dass man darüber nachdenkt, ja, oder wie hoch die Kirchensteuer ist. Das, ja, finde ich, dürfte nicht vergessen werden. Klar, und man muss natürlich den Leuten Recht geben, die sagen, wenn man aus der Kirche ausdrückt, zahle ich keine Kirchensteuer mehr. Das ist natürlich richtig. Aber man muss natürlich immer fragen, wie wir gerade schon gesagt haben, wo geht das Geld überhaupt hin, ne? Und wenn wir jetzt aus diesen christlichen Gedanken ja auch kommen, dann ist es ja auch etwas, was ja auch der Gesellschaft hilft. Und das ist ja wieder dieser Gemeinschaftsgedanke, der ja in unserem christlichen Glauben auch ganz wichtig ist. Ja, und was auch noch, denke ich, das hatte ich jetzt nachgelehnt, das fand ich eine krasse Zahl, dass tatsächlich eigentlich nur ein, knapp ein Drittel der katholischen Menschen Kirchensteuer zahlen. Das finde ich ganz interessant, weil einfach gesagt wird, Rentner, Arbeitslose und die mit geringem Einkommen, die sind sowieso von dieser Kirchensteuer ja ausgenommen. Und das finde ich auch, dass man da einfach auch guckt. Und ich glaube, ja, ich habe jetzt nicht genau den Betrag, wie viel ich im Jahr an Kirchensteuer zahle. Das sind ja von der Einkommenssteuer. Oder Steuer, da darfst du mich nicht... Das müssen wir dein Papa jetzt auch mal fragen, ne? Ja, das sind ja immer so 8, 9 Prozent von der Einkommenssteuer. Und irgendwo stand, dass es 200, 300, 400 bei so einem Normalverdiener, sag ich mal, sein können 200 Euro. Und ich finde im Jahr, ich weiß nicht, ob das so viel ausmacht. Und wie gesagt, wie du sagst, wenn diese Steuer irgendwann wegfällt, ja, wer kümmert sich dann, ne? Wer bezahlt? Jetzt, wir haben hier Kitas auf unserem Gebiet, die kirchlich sind. Klar, dann übernimmt die der Staat. Aber auch das, da müssen auch bezahlt werden, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und ja, so ist das mit der Kirchensteuer. Ja, das ist ein schwieriges Thema auf jeden Fall, ne? Und ich glaube, wie wir schon gerade am Anfang ja auch gesagt haben, ein sehr diskutables Thema, ne? Also, wie gesagt, das führt, glaube ich, oftmals auch zur Diskussion. Das ist auch so was, was ich auch immer wieder so höre. So, jo, willst du wirklich bei so einem Verein sein, wo du Geld bezahlen musst für Glauben? Das ist ja, glaube ich, auch mal so ein Argument, was so gesagt wird, du bezahlst für deinen Glauben. Aber das ist ja gar nicht der Sinn und Zweck von Kirchensteuer. Sondern es geht darum, dass eben die Gemeinschaft oder das Wohltun, was ja getan wird damit, eben auch finanziert werden muss. So ist halt unsere Welt halt auch einfach, ne? Ja, und wie gesagt, dass Kirche einfach eine wichtige Aufgabe hat. Und ich finde das auch für Nichtgläubige, ich glaube, das muss man trotzdem, indem sie verstehen können, dass Kirche auch wirklich für so viele Menschen da ist, auch für Leute, die vielleicht gar nicht so gläubig sind, aber die dennoch unterstützen, ob das Besuchsdienste sind, ob das in den Altenheimen ist, wo echt für Menschen, wo die Kirche ein ganz wichtiger Bereich ist, ist mit der größte Arbeitgeber auch neben dem Staat. Also die Kirche ist da extrem groß aufgestellt und das wird mir dann immer zu negativ berichtet in dem Sinne, klar, wir könnten uns natürlich auch verbessern und könnten vielleicht auch effektiver arbeiten oder gucken, wie wir die Finanzen vielleicht auch besser einteilen, das auf jeden Fall. Aber ich finde, man dürfte nicht zu sehr kritisieren, dass die Kirche da sozusagen von der Solidargemeinschaft Staat auch mit unterstützt wird, weil sie einfach auch viel reingibt. Das trifft es, glaube ich, gut auf den Punkt. Hast du noch was dazu zu sagen zur Kirchensteuer? Ja, ich bin so ganz kurz auf den Punkt gebracht. Das war uns mal wichtig, dieses Thema aufzugreifen, um wirklich zu sagen, nicht nur alles so wie du heute so negativ zu sehen, sondern auch nochmal dahinter zu gucken. Informiert euch da gerne auch. Wo fließt die Kirchensteuer hin? Wie viel Kirchensteuer ist es wirklich? Und bin ich nicht vielleicht auch froh und sage, ich gebe was von meinem? Ich sage schon, es geht. Die, die Kirchensteuer bezahlen, glaube ich, uns geht es gut. Und die fahren wahrscheinlich, wir fahren alle dort sind zwei, drei Mal noch im Jahr weg und machen Ausflüge und alles. Wo man aber sagt, ich bin mit dabei und unterstütze Menschen damit auch und nicht immer so das Negative. Klar, wenn wir jetzt da stecken bleiben und sagen, ich bezahle den Bischof, der hat doch genug Geld. Ja, aber ich finde, das ist wirklich, das ist so eine Sackgasse, wo man dann nicht mehr so gut rauskommt. Und das sollte man einfach, das war uns wichtig. Und wie lange noch, ja, jetzt, die Diskussion gab es ja und immer mal wieder in den Medien, dass die Kirche einmal noch eine Ausgleichszahlung bekommt vom Staat und dass dann die Kirchensteuer sozusagen abgeschafft wird. Das ist eine spannende Diskussion. Aber wie gesagt, ich glaube, Julian und ich, wir sind da gar nicht so falsch auf der Spur, dass es dann, irgendwann kommt dann wieder eine neue Steuer oder irgendeine Steuer wird erhöht, dass man das wieder in den Knall anheilt. Ja, aber nicht sehr so. Trotzdem, man darf kritisch sein. Wir wollen auch nicht zu sehr dann alles loben, was in der Kirche passiert oder mit der Kirchensteuer. Da gibt es sicherlich auch Kritikpunkte. Aber wir wollten heute mal so den, ja, bisschen ansetzen und mal zum Nachdenken auch anregen. Schaut gerne mal auf euren Lohnzettel, wo da Kirchensteuer steht und informiert euch, wo geht die Kirchensteuer hin, was wird da mitgemacht. Das ist, denke ich, ganz hilfreich. Dann kann man auch eher drüber reden. Ja, dann vielen Dank dir auf jeden Fall, Steffen. Du hast da noch ein bisschen mehr Ahnung als ich, merke ich. Ja, und dann hören wir uns nächste Woche wieder zu einer neuen Folge mit dem Titel Kriegt da jemand den Hals nicht voll? Jetzt auch nochmal Richtung Finanzen, ne? Aber dann müssen wir uns vielleicht doch noch mit meinem Papa zusammensetzen. Ja, ja, weil es gibt noch was anderes. Nicht nur die Kirchensteuer, ne? Oh je. Schauen wir mal, was nächste Woche dann wird. Ja, wir freuen uns. Wir wünschen euch eine sonnige Restwoche, war jetzt ja eine Topwoche. Das wäre echt super. Ja, dann sagen wir am Ende noch, bleibt kirchlich. Ciao, ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020